Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend. Wir haben den Start in eine neue Woche. Ich habe euch natürlich Charts mitgebracht und ein wenig Zauberei heute mal wieder. Ganz lieben Grußen auch an unseren spanischen Freund, der scheinbar so halbwegs unsere Videos guckt und dem ich dann mit meinem zwei Jahre Schulspanisch gesagt habe, dass ich kein Spanisch spreche und er mir dann eine schöne lange Nachricht auf Spanisch geschrieben hat. War sehr hilfreich. Auf jeden Fall liebe Grüße an dich und wir wollen uns die Kurse angucken. Als erstes Bitcoin und ihr könnt hier sehen, wie wir sind recht auf und ab. Wir haben jetzt aber den 12-Stunden-Chart hier, also ihr seht das jetzt noch in einer bisschen längeren Bewegung und seht hier dieses Rising Wedge, in dem wir uns nach oben bewegen, aktuell. Aber was ich viel interessanter finde und ich da unbedingt darauf eingehen will, ist das Head & Shoulders, das wir hier drüben noch sehen. Da müsste man die Linie mal vielleicht weiterziehen, aber ihr könnt es, ich zeichne das extra noch mal ein. Denn, so bin ich zu euch, haben wir hier Schulter 1, Kopf und Schulter 2. Das war die hässlichste Einzeichnung ever. Schon ein bisschen besser, könnt ihr hier sehen. Die Head & Shoulders Formation ist jetzt schon ein paar Tage vorbei, aber die Höhe ist besonders interessant. Das gucken wir uns aber gleich noch an, weil wem es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, habe ich heute mal wieder den Kurs auf den Kopf gestellt. Der ist, ja, auf dem Kopf, Punkt. Einfach, um eine andere Perspektive immer zu dem Kurs zu bekommen, weil oft ist es so, dass man einfach über die Zeit dann, ja, einfach immer den gleichen Chart sieht und dann kann man gar nicht mehr so klar durchblicken, wie der Kurs sich eigentlich verhält. Deswegen wechsle ich das dann gerne einfach mal, stelle den Chartkopf über und bewerte ihn neu und dann kann er uns ein bisschen mehr sagen. Wenn wir uns jetzt hier das Aktuelle angucken, rein von der Formation aktuell, und das seht ihr ja hier, ist es ein, ja, positives Signal. Also es ist ein Rising Wedge. Rising Wedge ist normalerweise der Fall, dass man dann hier nach unten durchbricht und sich das hier dann in der Höhe des Wedges bewegt nach unten hin. Aber wir haben den ja auf den Kopf gestellt, also es wäre dann ein Anstieg des Kurses. Wir gucken uns gleich auch den normalen an, für wen das vielleicht etwas zu verwirrend ist, aber hier sieht man halt diese Head & Shoulders Formation sehr gut, finde ich. Und was ich interessant finde, wir haben die Linie hier noch nicht getestet, aber, und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Chart, so wie er richtig rum ist, ihr seht hier den Vergleich mal allgemein von der Entwicklung aktuell, wie wir uns hier jetzt runter bewegt haben. Ich hatte euch ja gesagt, wir gehen in Richtung 8.900, 9.100, sowas in dem Rahmen. Und diese Trendlinie, die ihr hier seht, die hat jetzt nochmal Support gegeben und den Kurs zweimal nach oben getrieben. Ihr seht hier von dieser Spitze und hier an die anderen heran, wie sie den Kurs unterstützt. Und jetzt sind wir fast schon am oberen Ende des Dreiecks, was natürlich sehr spannend ist, weil vielleicht kommt es sogar schon zum Ausbruch. Das heißt dann, dass wir gar nicht mehr nach da unten gehen würden, sondern mit 9.300, ein bisschen drunter war es, hier den Tiefpunkt gesehen haben. Allgemein Formation positiv gestellt, solange wir diese Formation halten können. Und ja, wenn wir hier einen Ausbruch nach oben hin machen, wäre das dann diese Bewegung, in dieser Höhe hier ungefähr, das sind 1.175, also 1.600, sagen wir mal, die es dann wieder nach oben gehen würde. Bei einem Ausbruch an der aktuellen Position hätten wir 1.300. Wir würden uns also hier fast wieder an dieser Spitze von dort drüben wiederfinden. Ja, nach unten hin ist aber auch noch Weg, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich muss euch heute auch zwei Varianten zeigen, sagen, wie man es nimmt. Wir haben hier den 12-Stunden-Chart, da sieht man das noch nicht, aber den 4-Stunden-Chart. Wenn wir hier mal in die Indikatoren reingucken, wir haben vom MACD eine positive Divergenz. Also hier sehen wir, Histogramm geht weiter nach unten als das hier, obwohl der Kurs sich in dem Rahmen hier weiter unten befindet. Das ist also eigentlich ein sehr positives Signal. CCI haben wir auch eine positive Divergenz. Und wenn wir hier die Umkehr haben, so wie es aktuell aussieht, haben wir auch hier eine positive Divergenz, sowohl im RSI als auch im stochastischen RSI, was ja vier positive Signale sind, plus die Trendlinie hier. Also recht viele positive Signale. Und würde dann bedeuten, bei einem 4-Stunden-Chart, dass man sich wohl über die nächsten 16, 24 Stunden, vielleicht kommen wir auch so 28, 32 Stunden nach oben hin bewegen würde. Oder rein von den technischen, also von den Indikatoren hier, sieht das Ganze danach aus im 4-Stunden-Chart wohlgemerkt. Wenn wir uns mal den Tageschart dazu angucken, der ist hier eigentlich so mittendrin. Man sieht es hier nicht wirklich viel Aussagekraft. Auch hier also keine wirklichen entscheidenden Punkte, an denen man das am Tagesschart irgendwie ausmachen kann, was die Indikatoren angeht, muss ich natürlich dazu sagen. Und dann haben wir noch den 12-Stunden-Chart. Gucken hier rein. Hier ist zumindest der stochastische RSI schon sehr weit unten. CCI auch. Aber was natürlich auffällt, ist, dass der CCI keine wirkliche Spitze, wie man das hier sehen würde, gesetzt hat. Was man eigentlich erwarten würde, hier bei einer Spitze im 12-Stunden-Chart, würde man wohl die Nackenlinie des Head & Shoulders, ihr seht das hier, würde man dann wohl berühren. Das wäre da eine Möglichkeit ungefähr. Aktuell wäre das im 8.000er-Bereich. Das passiert erst mal so lange auf jeden Fall nicht, solange wir nicht diese Trendlinie unterhalb des Kurses brechen. Aber was ich euch beim Head & Shoulders zeigen wollte, und das fand ich sehr interessant, und wir müssen eine, oder ich zeige es euch am Kurs, also der tiefste Punkt war 5.800 und das Ganze ist gebrochen hier bei 8.800. Also wir gehen von 3.000 Dollar Unterschied aus, von unteren bis zum oberen, und das addiert man dann wieder drauf, um das Ziel zu finden, wo es hingehen soll. Und wenn wir das Ganze jetzt mal machen, 8.800 haben wir hier, packen 3.000 drauf, dann sind wir genau ungefähr, na, sagen wir mal so 50 bis 100 Dollar über der Spitze, wo es wirklich hingegangen ist. Also, die Head & Shoulders-Voraussage sozusagen, was die Höhe dann angeht, hat es sehr, sehr gut getroffen, fast sogar auf den Dollar genau, und ich persönlich, ich könnte mich schwarz ärgern, dass ich das, ja, nicht bedacht habe, und eigentlich als Ziel vorausgegeben habe, weil es doch eine sehr, sehr offensichtliche Sache ist, ich könnte mich da, wie gesagt, einfach komplett schwarz ärgern. Naja, so ist das aber leider nun mal, man kann nicht immer alles bedenken, wir wollen natürlich gucken, wie das Ganze hier weitergeht, von der Formation hier, finde ich ganz interessant, auch was den, ihr seht es hier, den EMA, den ich drinne habe, den exponentiellen laufenden Durchschnitt, so im Deutschen, der ist ganz interessant, gerade bei 10.000, finde ich, und ich glaube auch nicht, dass die untere Trendlinie allzu lange Bestand hat, also, hier in der aktuellen Formation seht ihr das noch, in dem Dreieck, aber da bin ich mal gespannt, wie lange das noch hält, es läuft ja auch schon sehr nah zusammen, und muss sich jetzt über die nächsten schon zeigen, ich sehe halt diesen 10.000er Widerstand eigentlich noch recht interessiert an, gerade mit dem, was wir im 4-Stunden-Chart gesehen haben, mit den positiven Zeichen, da bin ich mal ja gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, eigentliches Ziel war ja 8.900 bis 9.000, wo auch ein sehr gutes Support-Level ist, in dem Rahmen, zumindest was die aktuellen Faktoren angeht, gerade so im 4-Stunden-Chart, sieht es aber nicht mehr aus, dass man die erreichen würde, deswegen hier rein vom Technischen her sieht es da aktuell anders aus. Möglichkeit wäre natürlich noch, so eine Bewegung zu machen, an den, an diese 10.000er ran, und dann wieder auf den Punkt hier unten an an die Trendlinie. Möglich, aber naja, da müssen wir erst gucken, für mich jetzt, für mich persönlich keine Position, wo ich klar sagen kann, wo es hingeht, für mich halt, ich halte mich an den Trendlinien hier, wenn die gebrochen werden, dann muss man natürlich das Ganze neu evaluieren, wenn man hier wieder abprallt und nach unten geht, hat man wieder ein schönes Ziel für die Gegenbewegung. Wir wollen natürlich auch auf die anderen Kurse gucken, ich habe euch ein paar Coins mitgebracht, und anfangen wollen wir mit Ethereum, und ja, da seht ihr ja nach dem recht großen Absturz, sage ich es mal, haben wir uns dann ja gefangen, das war jetzt schon vor ein paar Tagen, und sind von da aus wieder schön nach oben gegangen, noch einen Rücksetzer gemacht, und sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Interessant wird die Trendlinie, die wir hier sehen, als Widerstand, und die steigende Trendlinie, die ihr hier seht, und dann ja, wahrscheinlich dagegen, nochmal nach unten, und dann könnte man aus dem Dreieck herausbrechen. Das wäre halt eine recht typische Variante, auch für gerade, was ich ja euch gesagt habe, mit Altcoin-Saisonen kann sein, dass die gar nicht mehr so weit weg ist. Ethereum ist für mich ja immer der ausschlaggebende Punkt, an dem ich sowas festmache. Hier eine Bewegung dagegen, dann nochmal hier runter, und dann loszugehen, das wäre der Start für die Altcoin-Saisonen in meinen Augen. Ja, und was ich euch hier natürlich nicht verraten habe, das ist ein alter Chart, und wir stellen mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter, das ist ein Chart aus dem Dezember, den wir da haben, da seht ihr, wie der Kurs damals hier in unseren Kaufbereich, den wir ja aus dem Oktober schon hatten, reingegangen ist, und dann gegen diese Trendlinie von hier oben, und von da aus nochmal zurück, um dann höher zu gehen. Warum zeige ich euch das, weil wir aktuell, ja, weil das aktuell sehr, sehr ähnlich zu dem Ganzen aussieht. Jetzt seht ihr auch, ja, wie so eine Altcoin-Saison dann sozusagen aussehen kann, ja, dass es fast nur steigt. Wir wollen natürlich gucken, wo, wo wir aktuell sind. Da seht ihr jetzt noch den Höchststand gleich bei 0,1, 1, glaube ich, 0,12 sogar. So, und dann haben wir uns das angeguckt mit dem Durchbruch durch das Dreieck, wo es dann nach unten geht, wo ich gesagt habe, da müssen wir auf die nächsten Supportlinien achten, und dann hier, wo es sogar noch auf diesen Zwischensupport bei 0,077 gegangen ist. Und jetzt gehen wir wieder hoch, und deswegen finde ich das gerade so interessant. Die Trendlinie hier zu zeichnen unterhalb ist noch ein bisschen mutig, würde ich sagen, weil wir nicht wirklich zwei Punkte haben, um das Ganze zu zeichnen. Wir versuchen es aber mal so behelfmäßig. Aus den zwei Dorten, die wir hier unten sehen, haben dann genau das gleiche. Einmal diesen starken, starken Absturz, dann kommen wir eine Gegenbewegung, wo es nach oben geht, geht, und nochmal einen kurzen Rücksetzer macht, und von da aus sich wieder nach oben bewegt, und jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn wir das genauso machen wie beim letzten Mal, haben wir hier wieder einen Hochpunkt, von dem es runter geht, und von da aus dann letztendlich losstartet. Wo der Punkt, der Höhepunkt hier sein kann, ist, sein wird, wie auch immer, kann ich euch nicht genau sagen, meine aktuelle Vermutung ist diese Trendlinie, die ihr hier seht, das heißt, dass wir bei schätzungsweise 0,09, so ungefähr im Rahmen 0,09, an der Trendlinie abprallen würden, gehen wieder runter auf schätzungsweise 0,83, 0,083 oder 0,084, und von da aus dann nach oben hin, wie gesagt, die Trendlinie unten ist nicht, die ist mehr angenommen, da kann es auch sein, dass es vielleicht sogar ein Stück drunter geht, aber wenn sich das wiederholt und bis jetzt sieht es sehr, sehr ähnlich aus zu der Bewegung, die wir da vorne hatten, die wir uns gerade angeguckt haben, ihr seht es hier nochmal, starker Absturz, nach oben, 1, 2, dann kam nochmal eine stärkere Korrektur und dann ging es los, wenn man die, das ganze vergleicht, da war es sogar so, dass der zweite Tiefpunkt noch tiefer war, als dieses Level hier dazwischen, das heißt, da könnte man sogar möglicherweise auf 0,082 zurückgehen, wie gesagt, die Trendlinie ist hauptsächlich angenommen, sodass es da schwer ist, den genauen Punkt voraus zu sagen. Wenn sich da die Historie wiederholt, würde das ganz genau passen, da bin ich sehr gespannt, wie das verläuft in nächster Zeit, aber für den Moment gehe ich davon aus, dass Ethereum den tiefpunkt, den größten Tiefpunkt an der Stelle gesehen hat, glaube aber nochmal, dass es eine stärkere Bitcoin Bewegung gibt, die dann auch Effekt auf die Altcoins haben wird, die dann nochmal ein gutes Stück runtergehen, die Bewegung von Bitcoin kann allerdings nach oben oder nach unten sein, sodass es nicht wirklich einen Aufschluss darüber gibt, wie sich Bitcoin in dem Rahmen verhalten wird. Dann haben wir wie wirklich glaubhaft ist diese Linie an der Stelle Ich gebe ihr nicht allzu viel Glaubwürdigkeit, auch wenn es im Moment so aussieht, als ob sie passt, einfach weil hier zu viele Spitzen dazwischen sind und das Ganze dann sehr unklar wird. Ich habe extra noch die darüber eingezeichnet für den Fall, dass man hier noch weiter nach oben geht. Wie wenn wir das von wo wir von Ethereum ausgehen, dass es dann noch diesen zweiten Tiefpunkt setzt, wenn wir das bei NEO sehen, da ist natürlich die Frage, kommt auch einer, wo meine Antwort dann wäre sehr wahrscheinlich, dann kommt die nächste Frage, wo wird das sein, da sage ich, müssen wir mal gucken, weil, mal schauen, ob wir irgendwas passendes finden, das sieht nämlich schon mal nicht so aus, muss mal hier mal gucken, ob wir da eine passende Trendlinie finden, auch den so einen langen einzelnen durchzunehmen, finde ich auch sehr, ja, da habe ich nicht allzu viel Vertrauen drin, trotzdem würde ich mir diese Linie hier unten mal vormerken, zumindest aus, wenn wir diesen beiden Punkten, also wenn wir den Punkt nehmen und den Punkt nehmen, dann die Linie weiter verlängern, den würde ich mir mal angucken, weil ich das ansehen würde, sodass wir dann hier zwei Varianten hätten, wenn das Ganze passiert, also entweder wir prallen jetzt schon an der aktuellen Linie ab oder erst hier oben und dann treffen hier unten wieder drauf, das wäre dann natürlich nochmal ein sehr guter Einkaufspunkt, sehr wahrscheinlich für den weiteren Verlauf, wenn denn das mit der Altcoin-Saison danach losgeht, wie erwartet, Zeitraum passt, Ende Februar, Anfang März, wäre recht typisch und dieser Dip vorher, kurz bevor es dann wirklich losgeht, ist auch eine sehr sehr typische Sache, die jetzt schon so, also selbst in der Zeit, in der ich dabei bin, schon so oft passiert ist, dass ich, ich habe euch das bei Status gezeigt, dass ich schon so ein bisschen hellhörig werde, was die Altcoin-Saison angeht, einfach weil die Bewegungen sich dann wieder zeigen, die man schon mal gesehen hat, die Muster wiederholen sich dann und das ist dann weder weniger eine Form von Indikator oder das man sich angucken kann, sondern einfach eine Form von Erfahrung, wenn man ein bisschen besser mit dem Markt, also wenn man sich damit schon viel mit beschäftigt hat. Dann habe ich noch Tron heute mit dabei und meine erste Frage wäre, was war hier denn los? Halleluja! Also ich habe ja gemerkt, dass es stark gestiegen ist, aber Halleluja! Wenn man hier unten mal guckt, da stand es noch bei 20 Satoshi und dann hier oben steht es bei 2000 Satoshi, also eine Verhundertfachung innerhalb von drei Wochen, kann man mal mitnehmen, würde ich sagen, ist ganz okay, aber ja, danach ging es natürlich dann erstmal wieder stark nach unten, wir haben hier eine Trendlinie, die sehr oft getestet wurde, oder was ich interessant finde, da, da, da und nochmal und jetzt könnte es gleich nochmal kommen und möchte ich euch zeigen, warum das so interessant ist, weil das eins dieser Bilder ist, die mir auch bekannt vorkommen, weil von Tron aus natürlich nicht, weil Tron gab es dann zu den letzten Zeitpunkten noch nicht, aber vergleichbare andere Coins, die halt so extrem abgehen und dann dieses Support-Level finden an einer so einer harten Linie, sag ich mal und von da aus dann immer wieder diese kleineren Bewegungen machen, um dann irgendwann den Durchbruch zu schaffen und dann natürlich nochmal ordentlich loslegen. Wir haben ja den Tageschart, wir gucken aber gleich mal im Zwölfer, weil im Tageschart sieht man das noch nicht so gut. Möchte aber hier mal rein zoomen erstmal in den Preis selbst. Hier seht ihr nochmal das größere Bild, jetzt im Zwölfstunden Chart und wenn wir dann rein zoomen, dann seht ihr wie halt immer dieser Punkt getroffen wurde, jetzt wieder und aktuell scheint es wieder immer so einen kleineren Sprung zu machen und dann hier aber sieht es so aus, als ob wir kurz davor sind, wirklich abzuheben. Wenn man das zeichnet, gut, da findet man schon nichts mehr, aber diese Katzen sind immer extreme Ausreißer, gerade bei Tronnen. Deswegen kann man hier, für meine Begriffe jetzt nicht wirklich eine passende Trendlinie finden, um das dann zu evaluieren, wo man ausbricht, was wichtige Punkte sein werden. Das gebe ich euch natürlich mit. Das eine ist dieser Widerstand. Der Widerstand ist bei 450, fängt er an, geht auf jeden Fall bis zu 460, in der höchsten Stufe, alle höchsten Stufe ist 470. Wenn es das nächste Mal darüber kommt, sollte es wohl dann deutlich darüber gehen. Das ist meine klare Vermutung hier, wenn wir nämlich auch mal in die Indikatoren ein bisschen gucken und gerade die letzte Zeit ist interessant und zwar seht ihr hier den stochastischen RSI, ihr seht den Kurs von der Support-Linie bouncen nach oben, jetzt wieder runterkommen und wenn ihr euch den stochastischen RSI anguckt, wenn der Kurs jetzt hier wieder auf dieser Linie kommt, dann werden wir eine positive Divergenz haben, weil der wird dann höher sein als vorher, haben eine positive Divergenz und das wäre dann natürlich ein Startschuss für so eine Aufwärtsbewegung mit dem RSI hier noch da drunter, der schon ähnliche Bilder zeichnet, aber und so sehr diese Support-Linie hier auch gehalten hat jetzt jedes Mal, möchte ich euch eine kleine, ich würde vielleicht nicht Warnung nennen, aber hier oder CCI muss ich erst auch noch sagen, hier seht ihr auch diese Spitze, wenn es jetzt hier nochmal kommt und eine kleinere Spitze setzt, dann haben wir hier auch eine positive Divergenz, auch wäre auch ein positives Signal an der Stelle, aber wenn es hier nochmal auf das Support-Level kommt, ist es oft so, dass vor diesem wirklichen Abheben, und das ist jetzt auch wieder nur, was ich aus der Erfahrung rauskenne mit den Altcoins so, dass die wieder in diesen Support-Bereich gehen, aber diesmal diese Linie, die hier jedes Mal respektiert wurde, durchbrechen, einen kleinen Rutscher nach unten machen, und das andere oder das Support-Level geht bis 300 und ich würde jetzt mal 360 sagen, weil hier passiert nämlich folgendes, oder was ich davon ausgehe, ist, viele werden das antizipieren, was da passiert, und dann setzen die sich aber eine Buy-Order hier ungefähr im höheren Rahmen knapp über 400, weil diese Support-Linie ist bei 396 bis 400 dann logischerweise, und werden dann ihre Stops kurz darunter setzen, also insbesondere unter dieser Kerze, das wäre 393 ungefähr, und wenn es dann halt darunter geht, kommt nochmal eine Kerze nach unten, und dann schießt es wieder nach oben und hebt dann wirklich ab, das ist oft so, ja, auch wieder nur aus der Erfahrung raus, dass das viele Altcoins machen, sozusagen die Leute verarschen mit, oh, dieses Mal breche ich durch die Support-Linie, gehen hier runter auf, dann, wie gesagt, bis vielleicht 360, dadurch, dass die Stops aktiviert werden, kommt sofort hoch und fängt dann halt an zu steigen. Auch wieder nur ein Ding aus der Erfahrung raus, damit ihr das beachtet, solltet ihr in diesem 400er-Bereich dann kaufen, ja, oft werden da Leute halt dann nochmal aus ihrer Position gedrückt, obwohl sie wirklich eine sehr, sehr gute Position ist, nichtsdestotrotz sollte man natürlich dann nicht bis sonst wo hinhalten, weil das Brechen der Support-Linie ist natürlich auch eine Option. An der Stelle glaube ich es nicht, an der Stelle glaube ich, es sieht sehr gut aus, dass man von der Linie aus sich nach oben bewegen wird, insbesondere so in schätzungsweise ein, zwei Tagen, so ungefähr würde ich jetzt mal tippen, geht dann hier wieder, wie gesagt, in den Bereich rein, möglicherweise ein Stück unter diese Linie und von da aus kann ich mir dann vorstellen, dass der Durchbruch nach oben kommt, das wäre meine Vermutung, was Tron angeht, für die nächste Zeit. Ja, das soll es soweit gewesen sein vom Cointrend heute, es ist bestimmt wieder viel zu lang geworden, aber ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Woche und wir sehen uns dann morgen wieder, also macht's gut, bis dahin.